So, jetzt sehen wir hier Okermünde, Open-DM und unglaublich, Roy Berger als Gaststarter auf Platz 3. Drittbeste Zeit, wie gesagt, Roy Berger, viel Spaß. Die Rassburg-Handesburg sind getestet und es geht auf die Eiste. Brüder, Start geworden. Oh, Erik Raboczki ist hängen geblieben. Und natürlich André Bardin, André Bardin ist letzter. So, ein Pech, aber auch. Ah, ja, 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 ja. Und der greift jetzt an und geht vorbei. Und der greift jetzt an und geht vorbei. Und der fangst runter. Drei Hasenburg, gut, gut mit dabei. Wurde jetzt angekürzt, meine Zeit. Und der greift jetzt an und geht vorbei. Jetzt hat es mir da immer. Drei Kann ihm ja. Und der runde gleich Sebastian Porsch. Und der runde gleich Sebastian Porsch. Bist du? Und der Brotke greift jetzt nach an. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich hab's wie gesagt, 2.0! Ja, gut! 2.0! Das ist der Arzt. Er zieht drauf. So, drei Arzt sind wir fein. Und hier kommt der erste Aufsieger. Dennis Schreder. Der erste Aufsieger! Ein fummern im Liga. Staf. Der erste Aufsieger. Das ist der erste Aufsieger. Der erste Aufsieger. Dann ist der 2.0. Der erste Aufsieger. Der zweite Aufsieger. Es geht weiter, noch dritter, weiter, schon weit, die Böde, Achtung, hier ist der Coppa, jetzt 50 mm da ein, es ist alles gut,ب Jetzt ist er vorbei, lag nicht gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.